ich habe mal geguckt es gibt exe bisher wo sie heißen so wie unser gibt's ja es gibt eh immer welche die immer so heißen das wäre egal okay das war das für Bäume wo ein abgeschnitten im Kopf hatten und wo die Pläder so flach waren hey was war das Chunk die Chanks laden nicht ich wundere mich das gleich mal ein sinnloses Gebäude gebaut Naja egal äh so dann bauen wir hier noch genau hier bauen wir jetzt noch ein Haus obwohl ich ja alles obwohl ich hier auch weit einem eingestellt habe hm ja vielleicht verschuldet weil in irgendwas liegt das ich würde gerne wissen wie weit schon weg bin brummt bei dir irgendwas ähm nö ok weil ich habe eigentlich das ist weg aber ich hoffe das ist echt fix wie der Chunk er was ist das gibt übel auf dem Schlag ja 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 ich bin da auch auf die größe ich bin die 2 ja zwei Wann für für die sicht ein jahre zu gucken ja aber da hat auch die tanker behoben und das war da immer auf es riecht bio mann gestört ja ach ja genau deshalb erläuft weil er war hier auf riesen biome das heißt der wahl der ist kilometer lang find ich erkannt vielleicht ist ja immer ich meine vielleicht ja so ohne so mit bisschen berge und ohne bäume ist ja immer so um zum dunklenes grüner da ohne bergung es sei nicht so ein stimmermal ist ja aber mit dumm Grasen ohne Bäume er mit ganz viel Gras ja und auch mit Bäumen ja ja habe ich hier und ab und zu militieren so was ja er stimmt die spanner gab es sogar mehr so scharfe und weise fühlen so aber ich glaube ich selbst nicht gleich hin lol komm mal her das sieht man richtig geil aus ja hast du sonst gemacht ich würde nicht hier hin ich sehe es ja nicht oder tippt tp ich bin ich bin es bei dir und aber nicht fett kris scharfen es ist berg aber noch einmal im berg biome sind üblichen üblichen hat es geht ja es geht ja eigentlich ist ich bin jetzt glaube ich weit oben ja dann machen wir ja was möchte da jetzt machen da oben drauf ja dann machen wir aber da noch ein weg runter ja und ein kleines haus Prozent noch wenigstens von uns so wo noch mal ein paar Regeln oder so oder noch mal auch noch mal ein Feld wo ich weiß nicht dass wir den Tieren und so müssen die selber machen wenn sie alles killen ist ja klar dass sie nichts mehr haben selber Schuld müssen sich selber schuld da er ab und zu mir war ja auch hingehen und um noch um die Tieren wieder wieder sporen lassen ja ich mach das ich mach dann hier oben so kleines häuschen mach das die Regeln kannst du dann du mal oder was kommt jetzt hier rein kleines oder oder etwas größeres was haus klein also ist schon etwas kleines so ja doch ist regeln ach so auf dein haus näher hier für paar regeln das haus ja dann macht ja die Regelwand raus ja warum doch zu klein eben ich weiß da kommen wir noch müssen in die Fenster rein sieht es aus dem Bunker die hat die Fenster die können die können ja auch oben hin sein in der Welt und ich mein ja ich weiß was du meinst naja hier ist vor ich guck dir mal auf die öfters wie die Mann die leuchten irgendwie so so ein blaues Schimmer ja okay also äh ja die Regelwand ja mach ich draußen weil dann würde ich das ja so machen mal was anderes oder oder kann ich die diese Wand hier für Regeln ne warte man ja doch warte machen so was die Regeln hier doch dran dann mal warte 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 ja so so was sieht es dann hier aus sieht zu Bunkerhaft aus ich finde soll doch auch oder Bunker keine Ahnung das sieht irgendwie komisch aus dass das ist so das ist Untertitelung des ZDF, 2020 da kommt ja auch drauf sieht sehr merkwürdig aus du mal was anderes es ist vor ich weiß nicht von dem was bunt ist es die Idee das Bund ist solche Regelung in Wiener nur Stein ist sicherlich ich hatte im Holztag oder dann auch wenn es ist hier Ding aber auf dem Dach hat man habe ich keinen Bock der Scheiß dach zu machen das heißt es sei die Blöcke sich so komisch umdrehen ist immer richtig kagel gemacht so geht doch was kommt Komplett Spitzkopf und Anbetzung Spitz oder ich würde mal was anderes machen Ja, das sieht dann echt übel aus dem Buch.